Es ist eine sehr spannende, eine sehr herausfordernde Zeit, in der wir hier leben. Aber wie jetzt auch der Leser zum Schluss sagte, es ist nicht die Zeit, den Mut sinken zu lassen. Wir müssen uns vorstellen, diesen Zeitraum, den wir jetzt durchlaufen, diesen Zeitraum der Transformation, speziell jetzt die nächsten zwei bis drei Jahre, also bis 2026, 2027, dort werden wir in diesem Zeitraum die Weichen für die nächsten 250 bis 300 Jahre. Jahre stellen, was die Entwicklung der Menschheit anbetrifft. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Konflikte sich momentan so zuspitzen, warum beide Seiten jetzt sozusagen alles einsetzen, um die Oberhand zu gewinnen. Es ist tatsächlich eine entscheidende Phase und es ist nicht die Zeit, sich ins Private zurückzuziehen, zu warten, dass jemand das irgendwas für uns regelt oder etwas zum Besseren wendet. Das können nur wir selber tun. Wir sind alle aufgerufen, dass für uns jeder in seinem Bereich, nicht jeder in seiner Reichweite, das zu gestalten. Es ist nicht die Zeit zu warten, es ist nicht die Zeit zu verzorgen, es ist die Zeit zu handeln, voranzuschreiten. Und dann werden wir wirklich die Möglichkeit haben, die Zukunft so zu gestalten, wie wir uns das wünschen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Heute gibt es das zweite Update für 2024, der Palmblatt-Lesung aus Schenay. Thomas Ritter macht die Übersetzung. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. So, wir haben uns hier wieder zusammengefunden mit unseren indischen Kollegen. Die Mahaschri-Kathri, das große Fest zu Ehren-Shivas in Indien, ist gerade vorbei. Heute ist Neumondtag, also ein ganz wichtiger Tag für die Hindus, ein Tag, an dem man Karma auflösen kann. Eine interessante Konstellation. Und wir haben uns wieder zusammengefunden, denn Rishi Agastir hat sich wieder gemeldet mit neuen Informationen bei unseren indischen Kollegen. Deswegen, Vanakam Babu, Vanakam Manu, und willkommen und danke sehr für die Informationen mit uns. Diese Lesung beginnt natürlich mit einer Segen durch den Rishi Agastir, also den Schutzpatron oder den Schöpfer der Palmblatt-Bibliothek in Chenay. Nicht nur für uns, die wir hier sitzen, sondern für alle, die uns hier natürlich zuschauen. Es wird wieder Informationen über die Natur, über politische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen geben. Und Sinn dieses Segens ist, dass die Entwicklung, die jetzt in den kommenden Wochen und Monaten vor uns liegt, möglichst positiv verlaufen soll. Da gibt es eine Information über ein Seebeben, verbunden auch mit einem Tsunami, also einer Flutwelle. Und zwar wird dieses Beben eine Halbinsel betreffen. Er sagt, also dort ist das eine Insel, ein Land, das zu drei Seiten von Wasser umgeben ist. Also das würde ich mit einer Halbinsel übersetzen. Dort gibt es wohl noch eine größere Stadt, die von dieser Überflutung betroffen sein wird. Also ein Erdbeben, was sich im Meer ereignen wird und dann eine Flutwelle verursacht, welche eine Stadt auf einer Halbinsel speziell betreffen wird. Diese Information betrifft speziell die gesellschaftliche und politische Entwicklung in Deutschland. Dort werden die Oppositionsparteien der Regierung in den kommenden Wochen einige sehr unbequeme Fragen zur aktuellen Situation stellen. Die Regierung wird sich weigern, speziell der Regierungschef, diese Fragen zu beantworten. Und das wird dann zu größeren Problemen sowohl im politischen Bereich führen, als auch wird es die Leute zu verstärkten Protesten veranlassen. Das heißt also, die aktuelle Situation, die wir jetzt erleben mit Streiks, aber auch mit politischen Protesten, die wird sich in den kommenden Wochen noch weiter zuspitzen. Eine Information über den amerikanischen Doppelkontinent, also sowohl Nordamerika als auch Südamerika. Die erste Information bezieht sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Da sieht er drei Bundesstaaten, die zum einen aufgrund der aktuellen Situation von Unruhen oder inneren Schwierigkeiten betroffen sind. Zum anderen gibt es in drei Städten oder auch drei größeren Regionen in den Nordamerika und den Vereinigten Staaten auch Probleme mit dem Wetter. Also zum einen Überflutungen der einen Situation, zum anderen aber auch Wassermangel beziehungsweise auch extreme Hitze und Dürre in anderen Orten. Also Extremwetter, so würde ich so sagen. Und diese Situation, sowohl die politische Unsicherheit als auch die Probleme mit der Natur werden dazu führen, dass das öffentliche Leben in einigen Orten für etliche Tage direkt zum Erliegen kommt. In Südamerika sieht er vor allen Dingen Extremwetterlagen. In Brasilien und angrenzenden Staaten, wo ebenfalls Unwetter, Überflutungen beziehungsweise auch weitere Naturkatastrophen eine große Rolle spielen und das öffentliche Leben beeinträchtigen werden. Jetzt gibt es eine weitere Information über Indien. Dort beginnt ja jetzt die Sommersaison und für dieses Jahr sieht der Regie Agastia einen sehr heißen Sommer voraus. Also heißer als in anderen Jahren. Und es wird auch einige Probleme mit Infektionskrankheiten verschiedenster Art geben. Also das können virale, aber auch bakterielle Infektionen sein, die durch die Hitze begünstigt werden. Die beschränken sich allerdings auf Indien. Dort allerdings nicht nur auf bestimmte Regionen, sondern diese Krankheitsausbrüche werden im gesamten Land zu verzeichnen sein. Und deshalb in den nächsten 10, 15 Tagen wird man schon die ersten Informationen über diese Veränderungen der Natur, aber möglicherweise auch über die Krankheiten erfahren. Und das wird das öffentliche Leben und die Situation in Indien für die Sommersaison, also die nächsten drei, vier Monate, entsprechend mitbestimmen oder beeinträchtigen. Einige Hinweise für Asien und aber auch den Nahen Osten. Dort sieht er zum einen im asiatischen Bereich, dass latente Grenzstreitigkeiten zwischen den Ländern wieder aufflammen können. Dass er sich aus Asien bezeichnet, speziell aber auch die koreanische Halbinsel, als das zwischen Nord- und Südkorea oder aber in dieser Region dann auch weiterhin Probleme geben kann. Dass es dort Grenzstreitigkeiten gibt, die auch teilweise in Gefechten enden können, die mit Raketen beziehungsweise auch mit Drohnen ausgetragen werden. Das Gleiche sieht er im Nahen Osten. Also die Probleme, die wir jetzt momentan dort haben, sowohl was die muslimischen Länder am Roten Meer anbetrifft, am Arabischen See und natürlich auch im Bereich Palästina und Israel. Dort wird es weiterhin Auseinandersetzungen geben, in denen eben solche unbemannten Flugkörper wie Raketen oder eben Drohnen auch im größeren Maßstab weiterhin zum Einsatz kommen. Also dort sieht er in den nächsten Wochen und Monaten größere Probleme militärischer Art auftreten. In der aktuellen Situation werden ja in verschiedenen Religionen, also jetzt nicht nur im Hinduismus, sondern auch in anderen großen Buche, Religiöfeste gefeiert. Und nach dem Abschluss dieser Feste besteht die Möglichkeit, dass sich dort auch religiös aufgestaute oder motivierte Aggressionen in Unruhen beziehungsweise auch Problemen im Bereich innerer Unruhen, Gewalt und so weiter entladen. Dass sie da jetzt nicht nur speziell auf islamische Länder beschränkt, sondern dass sie dort überall, wo diese Communities zu Hause sind, dass es dort solche Probleme geben wird. Und zwar gibt es einen Hinweis auf einen Zwischenfall in der Luftfahrt, der sich in den nächsten Monaten ereignen wird. So ähnlich wie der malaysische Flug, der verschwand und bis heute, wo die Maschine nicht entdeckt worden ist, beziehungsweise das Schicksal dieses Fluges bislang unklar ist. Also so etwas wird sich zwischen Indien und Malaysia in dieser Region, also Südostasien, nochmal ereignen in den Monaten. Danach, sagt er, wird man aber das Schicksal des letzten verschwundenen Fluges, also dieser malaysischen Maschine, die bis heute nicht aufgetaucht ist, das wird man dort entschleiern können. Also da wird es Hinweise geben, was aus diesem Flug wirklich geworden ist und was die Ursachen auch des Verschwindens gewesen sind. Das wird so eine Art Koinzidenz sein, sagt er, weil eben dieses Ereignis sozusagen nochmals wiederholen wird in ähnlichen Regionen. Diese Information bezieht sich auf den Nahen und den Mittleren Osten. Und zwar geht es da um die Produktion oder die Förderung von Öl. Dort sagt er, wird es aufgrund der aktuellen politischen und auch militärischen Situationen, der Unruhen, aber eben auch aufgrund des Wetters, er spricht also von stark erhöhten Temperaturen, von einem sehr, sehr heißen Sommer, der dort bevorsteht, wird es also teilweise Förderunterbrechungen oder Einschränkungen geben, was die ölfördernde und verarbeitende Industrie betrifft. Also es wird dann auch sein, dass Leute nicht mehr bereit sind, dort unter diesen Bedingungen zu arbeiten, beziehungsweise dass ihnen von Seiten der Unternehmen dann eben auch frei gewährt wird, um sozusagen die Situation zu entspannen. Und das Ganze wird natürlich zu einer Verknappung des Angebotes an Brennstoffen führen. Das heißt also, in den nächsten Monaten, also gerade in den Sommermonaten hier in Europa, wird man mit einem starken Anstieg nochmal von Öl und sonstigen Preisen, also alles, was Treibstoffe anbetrifft, rechnen können. Zum Herbst hin wird sich das Ganze aber wieder normalisieren. Da sieht er dann auch wieder sinkende Preise, was die Förderung anbetrifft und auch eine Normalisierung der Situation im Nahen und Mittleren Osten. Jetzt gibt es weitere Informationen über internationale Organisationen. Speziell wurde hier die Weltbank, aber auch die Weltgesundheitsbehörde angesprochen. Die werden in den nächsten Monaten versuchen, ihre eigene Agenda weiter voranzutreiben. Also da wird es weitere Angaben oder Ankündigungen von Projekten oder von Veränderungen geben, die allerdings nicht auf viel Gegenliebe stoßen werden. Also da sagt er, dass in vielen Ländern und Regionen also dort ein sehr starker Widerstand zu erwarten ist, sodass sich das nicht realisieren lässt. Und durch diesen Widerstand werden auch einige sehr vermögende Leute, also sagt er, die auf der Liste der reichsten Personen dieser Welt stehen, hat er den Jeff Bezos angesprochen, aber auch Elon Musk, die werden durch diese Situation wirtschaftlich und auch persönlich in Bedrängnis geraten. Jetzt gibt es Hinweise auf den nordamerikanischen Kontinenten. Also die Länder des nordamerikanischen Kontinentens werden in den kommenden Monaten, hat gesagt, dass er speziell bis Mai, aber letztlich kann man sagen, auch im Verlauf dieses Jahres dann noch mehrfach Probleme bekommen. Und zwar zum einen, was das Bankensystem anbetrifft, aber auch was die IT-Branche anlangt. In der IT-Branche wird es große Veränderungen geben, natürlich durch die momentan technische Entwicklung. Dort wird es auch große personelle Umstrukturierung bzw. Reduzierung geben, die natürlich nicht auf Gegenliebe bei den Beschäftigten stoßen. Also da wird es in der Hinsicht in der IT-Branche große Probleme geben, auch mit den momentanen technischen Entwicklungen. Und der Bankensektor, der wird in eine, ich würde es übersetzen, Krise geraten, speziell bis Mai diesen Jahres. Das wird sich dann durch das ganze Jahr noch hinziehen, betrifft vor allen Dingen eben den nordamerikanischen Kontinent, dem das nordamerikanische Bankensystem, was davon betroffen sein wird, dass das ganze Jahr damit beschäftigt sein wird, diese Krise mehr oder weniger zu deckeln oder zu lösen. Also dort gibt es auch in Bezug auf Investitionen und die finanzielle Situation entsprechende Probleme. Er sprach speziell Leute an, die in diesem Bereich investiert sind oder zu investieren gedenken. Die sollten dort größte Vorsicht walten lassen. In Bezug auf Indien gab es weitere Informationen, und zwar was die wirtschaftliche und ökonomische Entwicklung anbetrifft. Dort sieht er große Fortschritte, die auch überraschend sein werden für den Weltmarkt, und zwar speziell in den Monaten Mai sowie Juli und August. Also dort eine sehr positive Entwicklung in wirtschaftlicher und ökonomischer Hinsicht. Ein Hinweis auf Investitionen im Bereich der Edelmetalle, also Gold und Silber. Das ist doch speziell zwischen Mai und August diesen Jahres eine sehr starke Aufwärtsentwicklung der Preise für die Edelmetalle. Er sagt, da kann es sogar zu neuen Höchstwerten im Handel kommen, also dass die Werte sich dort entsprechend positiv entwickeln. Nach dem August sieht er einen kurzen Rücksetzer, also da wird sich der Markt nochmal bereinigen, aber dann in der zweiten Jahreshälfte steigen die Preise weiterhin. Aber einen besonderen Anstieg sieht er speziell zwischen Mai und August. Für Indien speziellen Hinweis, und zwar für den Süden in der kommenden Sommersaison, die jetzt beginnt, sieht er für die Bundesstaaten Kanataka, Tamil Nadu und Andhra Pradesh Probleme, was die Trinkwasserversorgung anbetrifft. Sagt er, die wird in den kommenden Monaten nicht durchgängig gewährleistet sein. Da wird es also Einschränkungen bzw. Rationierungen geben. Und das wird auch so sein, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise eingestellt ist, sodass dann eine Notversorgung, gerade was eben Trinkwasser anbetrifft, stattfinden muss. Also das Wasser, was man zum Kochen, zum Trinken für den täglichen Gebrauch benötigt. Und das wird in diesen Regionen dort im kommenden Sommer ein größeres Problem darstellen. Sagt er, das war bisher nicht so. Aber aufgrund von Versäumnissen und von der aktuellen Entwicklung wird sich das in den kommenden Monaten so darstellen. Jetzt gibt es nochmal Informationen über Naturkatastrophen. Da sagt er, da geht es zunächst um einen bevorstehenden Vulkanausbruch. Das ist ein Vulkan, der schon sehr lange geruht hat in den letzten Monaten, aber wieder aktiv geworden ist. Wo also auch schon Informationen darüber vorliegen, was also latent auch in den Medien immer mal wieder eine Rolle gespielt hat. Und dieser Vulkan steht kurz vorm Ausbruch. Und das wird sich in den kommenden Monaten auch entsprechend ereignen. Außerdem sieht er in der islamischen Welt ein Problem mit mehreren Erdbeben, die speziell zwei islamische Länder betreffen werden. Dort auch die Grenzregionen zwischen diesen Ländern, die sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden wird. Das kann dann sogar so weit gehen, dass es in diesen Ländern dann innenpolitische Instabilitäten und Umbrüche geben wird, die sozusagen in dieser Naturkatastrophe wurzeln. Jetzt geht es um die Kriegssituation in Osteuropa, speziell zwischen Russland und der Ukraine. Dort sieht er, nachdem, wie es im letzten Update gesagt wurde, da dieser 20-Täke-Zyklus für Friedensgespräche sich nunmehr geschlossen hat, wie es auch im letzten Update gesagt war, eine weitere Eskalation des Konfliktes in den nächsten Monaten. Und zwar sieht er auf der See, also das, was das Schwarze Meer anbetrifft, dass Russland dort Schwierigkeiten haben wird, was seine Flotte anbetrifft. Aufgrund der Angriffe der Ukraine. Er sieht auch noch einen weiteren Grenzkonflikt, der sich momentan andeutet, in den Russland mit hineingezogen wird. Sieht auf der Landseite aber, dass die Ukraine dort größere Schwierigkeiten haben wird. Also wir können sagen, eine weitere Eskalation und Ausweitung des Konfliktes dort in der betreffenden Region wird in den nächsten Monaten bis Mai, wie es auch im letzten Update gesagt worden war, wird das sich so entwickeln. Die Lesung endet mit dem Segen des Regis Agastir für alle, die uns hier zuschauen und dem Hinweis oder auch der Hoffnung, dass sich die Dinge letztlich trotz der aktuellen Situation zum Positiven wenden werden. In Tamil Nadu wird im nächsten Monat ein neues Jahr, also das Tamilische neue Jahr beginnen. Das ist eine Zeit für weitere Vorhersagen. Also wird es das nächste Update geben nach dem Beginn des Tamilischen Neujahrs. Und dort wird es vor allen Dingen auch um weitere Entdeckungen gehen, die unsere Astronomen machen werden. Also wird es weitere Informationen über die Planeten unseres Sonnensystems geben, aber auch über Asteroiden. Das werden einige sehr überraschende, sehr aufschlussreiche Entdeckungen sein. Und die werden aber auch, und die Gesamtsituation ab dem nächsten Monat wird also auch Anlass zur Hoffnung geben. Das war jetzt zunächst diese Lesung und ich bedanke mich natürlich bei meinen indischen Kollegen dafür, dass sie uns die Informationen zur Verfügung gestellt haben. Es ist eine sehr spannende, eine sehr herausfordernde Zeit, in der wir hier leben. Aber wie jetzt auch der Leser zum Schluss sagte, es ist nicht die Zeit, den Mut sinken zu lassen. Wir müssen uns vorstellen, diesen Zeitraum, den wir jetzt durchlaufen, diesen Zeitraum der Transformation, speziell jetzt die nächsten zwei bis drei Jahre, also bis 2026, 2027. Dort werden wir in diesem Zeitraum die Weichen für die nächsten 250 bis 300 Jahre stellen, was die Entwicklung der Menschheit anbetrifft. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Konflikte sich momentan so zuspitzen, warum beide Seiten jetzt sozusagen alles einsetzen, um die Oberhand zu gewinnen. Es ist tatsächlich eine entscheidende Phase und es ist nicht die Zeit, jetzt sich ins Private zurückzuziehen, zu warten, dass jemand das irgendwas für uns regelt oder etwas zum Besseren wendet. Das können nur wir selber tun. Wir sind alle aufgerufen, dass für uns jeder in seinem Bereich, jeder in seiner Reichweite, das zu gestalten. Es ist nicht die Zeit zu warten. Es ist nicht die Zeit zu verzorgen. Es ist die Zeit zu handeln, voranzuschreiten. Und dann werden wir wirklich die Möglichkeit haben, die Zukunft so zu gestalten, wie wir uns das wünschen. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei unseren indischen Kollegen. Baboumenu, danke sehr für all die Informationen, danke sehr für die readingen und see you next time again mit der neuen Reading-All. Danke sehr für die Erdogan, für ihre Blessungen. Danke sehr. Danke.